Welcher Ayurveda? Hallo und herzlich willkommen zu einem Vortrag aus der Reihe Fragen an Sukadev. Mein Name ist Sukadev und mir wurde die Frage gestellt, welcher Ayurveda? Die Frage zeigt schon, dass der Betreffende schon einiges an Ahnung hat. Zum einen Ayurveda vom Sanskrit her eigentlich Ayurveda ist eigentlich der Ayurveda. Und zum Zweiten, es gibt verschiedene Traditionen von Ayurveda. Wenn du jetzt aber wissen willst, welcher Ayurveda, dann ist das nicht ganz so einfach zu beantworten. Denn es gibt verschiedene Traditionen und jede Tradition hat letztlich ihre Berechtigung. Es gibt manche Familientraditionen, in denen Ayurveda seit Jahrhunderten weitergegeben wird in Indien und die dann zum Teil auch Westler heutzutage schulen. Es gibt an indischen Universitäten, Ayurveda-Universitäten, gibt es mehrjährige Studiengänge. Da gibt es Bachelor and Masters auf Ayurveda. Und man kann sorgt, dass ein Doktorat machen im Ayurveda. Und es gibt natürlich auch bei uns im Westen verschiedene Ayurveda-Schulen. Zum Beispiel bei Yoga Vidya haben wir auch ein umfangreiches Ayurveda-Programm bis zum Ayurveda-Therapeut, Ayurveda, auch Ayurveda-Achaya. Und du könntest auch eine Art naturheilkundlicher Ayurveda-Therapeut werden, wenn du zusätzlich die Heilpraktiker-Ausbildung machst. Jetzt welcher Ayurveda ist zuerst mal welche Tradition? Das probier einfach aus und wenn du dich irgendwo wohlfühlst und feststellst, es tut dir gut, dann ist schon mal gut. Oder geh auf die Internetseite und schau sie dir genauer an. Da ich ja jetzt selbst von Yoga Vidya bin und deshalb nicht neutral bin, werde ich mich jetzt nicht erdreisten, über andere zu urteilen. Ich meine nur, unser eigener Ayurveda ist schon mal recht gut. Welcher Ayurveda ist natürlich auch die Frage, welche Disziplin vom Ayurveda. Ayurveda ist ja sehr umfangreich. Du müsstest natürlich erstmal rauskriegen, welcher Typ du bist, Vata, Pitta oder Kapha. Und dann kannst du überlegen, welche Ernährung ist besonders gut. Dann kannst du überlegen, welche Asanas und Pranayama sind besonders gut. Du kannst überlegen, welche Tagesablaufgestaltung ist besonders gut. Und du kannst auch überlegen, welche speziellen Ayurveda-Techniken, Massagen, Reinigungskuren, Ölziehen usw. für dich geeignet ist. Und da ist es natürlich am besten, du gehst zu einer Ayurveda-Oase, einer Ayurveda-Praxis, zum Beispiel zu Yoga Vidya Bad Meinberg, machst dort eine Konsultation und dann bekommst du gute Tipps, welche Ayurveda-Anwendungen, Empfehlungen, Ratschläge für dich besonders hilfreich sind. Alle Informationen auf www.yoga-vidya.de Das war's die短e Phase. Ich hoffe, es tut auch hier. Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.